Es ist doch ein sehr, sehr ereignisreicher Tag. Ich glaube, ursprünglich war geplant, dass das Ereignis des Tages der heutige 50. Geburtstag unseres Bundeskanzlers Karl Nehammer ist. Es ist dann doch anders gekommen, er hat gleich drei Geburtstagsgeschenke erhalten. Das eine ist, dass der Thomas Schmidt gerne Kronzeuge werden würde. Das andere war eine Hausdurchsuchung bei René Penko. Und das dritte Geschenk, das er bekommen hat, war eine Hausdurchsuchung bei der Frau Spiegelfeld. Auch die kennen wir ja bereits aus dem Untersuchungsausschuss. Sie war ja sozusagen die Grau Dame im Hintergrund, die die Spendenrallys für Sebastian Kurz organisiert hat. Also alles in allem sehr, sehr spannend. Nichtsdestotrotz möchte ich noch einmal auf den Titel unserer Pressekonferenz zurückkommen. Sie alle kennen wahrscheinlich den Film Der talentierte Mr. Ripley. Dazu gab es ja ein Original, das hieß nur die Sonnefahrzeuge für Siniasten. Alain Delau hat damals in diesem Film auch mitgespielt. Und ich denke, es passt, denn wir müssen doch beleuchten, wer war dieser Thomas Schmidt oder der Mr. Schmidt, wie wir ihn genannt haben. Eigentlich ist seine Rolle gewesen. Da sollten wir uns doch noch einmal nach fast drei Jahren Untersuchungsausschuss vor Augen führen. Und zwar, er war zuerst einmal langjähriger Generalsekretär im Finanzministerium. Und diese Rolle sollte sich später für ihn als sehr, sehr wichtig herausstellen, weil er aus dieser Rolle heraus verschiedene Dinge gestartet haben dürfte. Zunächst einmal dürfte einer der maßgeblichen Architekten des sogenannten Unternehmens- oder Projekts Ballhausplatz gewesen sein. Sie wissen, das ist dieses Projekt, das mutmaßlich so ab dem Jahr 2014, 2015 gestartet worden ist und wo man eigentlich zum Ziel hatte, Sebastian Kurz vom Außenministerium zum Bundeskanzler der Republik zu machen. Und das ist ja dann schlussendlich auch passiert. In diesem Zusammenhang hat Herr Schmidt einige sehr, sehr interessante Rollen eingenommen. Er dürfte zum Beispiel der Vollstrecker des Side-Letters zwischen Sebastian Kurz und dem damaligen Finanzminister Schelling gewesen sein. Zur Erinnerung, worum geht es darum, dabei wiederum, da geht es darum, dass ein Millionenbetrag damals vom Finanzministerium ins Außenministerium umgeschichtet worden ist. Ein Betrag, der eins zu eins für Öffentlichkeitsarbeit ausgegeben wurde und sozusagen die Basis für den Aufstieg von Sebastian Kurz gelegt hat, weil genau mit diesem Budget hat er sozusagen auch seine Person entsprechend vermarktet und das war aus unserer Sicht der Start. Also damals schon auf jeden Fall der Herr Schmidt mit an Bord. Der Herr Schmidt dürfte auch eine maßgebliche Rolle im sogenannten Beinschab-Tool gespielt haben. Das Beinschab-Tool ist uns auch allen noch ein Begriff. Da ging es darum, Geld aus dem Finanzministerium auszuleiten, das Ganze für Umfragen zu verwenden, die dann noch dazu gefaked worden sind, geschönt worden sind oder in irgendeiner Art und Weise verdreht worden sind. Und das Ganze ist dann medial hinausgespielt worden, um jeweils den gewünschten Effekt zu erzielen. Also man hat mit Steuergeldern eigentlich die Wahlbevölkerung in diesem Land hinters Licht geführt. Ein maßgeblicher Architekt. Dafür dürfte Thomas Schmidt gewesen sein. Wo ist auch noch aufgefallen zum Beispiel als Kontaktmann des ehemaligen oder des Managers Sigi Wolf. Sie wissen, der hat damals ein bisschen seine liebe Not mit den Steuerbehörden gehabt. Es ist ja damals dann von seiner Seite her veranlasst worden, dass die damalige Steuerprüferin sogar zur Chefin des Finanzamtes geworden ist, das ihn damals überprüft hat. Und auch da hat Sigi Wolf mutmaßlich bei Thomas Schmidt ein gutes Wort eingelegt. Und offensichtlich sind diese Wünsche auch erfüllt worden. Am bekanntesten ist der Thomas Schmidt vermutlich dadurch geworden, dass man ihn mit gutem Gewissen als den Chronisten der ÖVP bezeichnen kann. Sie wissen, es gibt noch immer 350.000 Chats. Das muss man sich mal vorstellen. 350.000, eine unglaubliche Summe an Nachrichten, die versendet und empfangen worden sind, die sich jetzt noch bei der Auswertung in der Justiz befinden. Und das muss man sich nur festhalten. Danke.